Ach du, hey, du musst mich diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Aber folgendes, wir wollen keine Witwenmacher hier, nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase zwei, okay? Hier, unser Nakai-san. Er war ein Streetracer, wie wir alle. Und jetzt reist er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt, ich bin ein Wahnsinns-Typ. Hör lieber weiter deine Regenwald-Sounds, Manu. Ich hab gerade ein Bild gepostet, hier, guck mal. Spitze. Ja. Wirklich spitze. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja, was dagegen, Mem? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße. Fahren. Klar. Wir sehen uns dann, okay? Peace. Wir sehen uns dann, okay? Tschüss. Okay. Wir sehen uns dann, okay? Wir sehen uns dann, okay? Tschüss. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.